Einer kam rein und in dem Moment ist der andere wieder raus, aber jetzt spielst du zu viert, glaub ich nur. Naja, kommt gleich noch ne neuer dazu. Also Geisel, ne? Angreifen. Immer Geisel! Tja, dann nehm ich mal hier, hä? Okay. Soll ich Twitch nehmen? Ja, nehmt schon eine. Nehmt's auch mal jetzt, Nudel. Kann nur Esch nehmen. Ah, wieder keiner nimmt, gut, da was ich hin hab. Ihr müsst die Geisel finden. Tschüss ey. Ich komm jetzt gleich wieder. Holy shit. User disconnected from your channel. Ah! Ah! Nein! Falsch... Stopp ohne Einsatz! Die haben schon hier irgendwas kaputt gemacht. Fuck! Warum... Okay, dann explodier halt nicht, wenn du da oben bist. Okay, dann explodier halt nicht, wenn du da oben bist. Gleich geht das nicht los. Wo sind die? Nein! Denn eigentlich... Oh nein! Ja, hier in dem Raum? Socken sie alle im Raum drinnen oder was? Oh, komm! Das war haarscharf gerade Johnny. Ja das gibt es nicht ey. Wieso der hat doch in eine andere Richtung geguckt. Aber du? Du auch? Von hinten in die Küche rein Jungs. Ok dann ist das manchmal ziemlich verfuckt ey. Nur noch ein Gegner übrig. Von hinten in die Küche rein. Lol jetzt holt ihr uns beide oder was? Guckt euch den Kill an. What the fuck? Was war das? Was war das? Was war das? Hast du geglitscht? Hast du das aufgenommen? Ja. What the fuck war das für ne Scheiße gerade. Hat der das gemesser durchs Ding durch? Ne ich hab den gemesser durchs Ding. Durch das Loch? Durch das Loch nehmen oder Bandit? Ich wollte den halt 12 mal so davor schlagen. Und in dem Moment kommt der dann irgendwie in die Quere gerannt. Und dann messe ich den da durch. Er wollte durch das Loch schießen. Was the fuck? Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Ok das Feuer jetzt richtig unten schreit und nicht verraten. Juhuuu. Du musst die in die Fröhre errichtet. Das ist auflegen im Fenstfeuer. Im Einsatzbereich bleiben. So welche Tür ist am Schlauesten? Die hier? Hier brauchen wir noch ne Wand Jungs. Die hier am Schlauesten. Hat noch einer ne Wand. Was? Wo? Wo? Hier da fehlt noch ne Wand. Es bleiben fünf Sekunden. Okie dokie. Let's do this shit. Wasser rennt immer ans Ende der ganzen Welt und fällt immer ab. Aber war zwei Daumen. Zwei, ein. Einer ist am Boden. Aber ich habe oben noch zwei identifiziert. Fuse, ja mach die geile daun. Hier. Sind die bescheuert, da wo die Dings das ist? Was ist das für ein scheiß Geräusch? Ich schieße das Loch und ich hoffe immer, dass er da durch guckt. Einer hängt an der Wand. Drei sind auf dem Dach. Ich habe sie markiert. Ich markiere sie nicht nochmal. Jetzt schießt der eh die Kamera kaputt. Ey, das ist so hell, da sehe ich ja gar nichts. Ich auch nicht. Alter, nee, 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 das soll ich nicht riskieren. Einer ist hier auf dem Vorsprung über der Haustür. Da ist einer drauf. Und einer kommt aus dem Kinderzimmer. Warte, ich markiere ihn. Der ist jetzt auf der Treppe. Wow, what the fuck? Auf der Treppe bei euch ist einer. Auf der hinteren, nicht die direkt bei euch. Am Raum ist er nur die andere. Okay, noch zwei Leute. Boah, das ist hell, ey. Oh oh. Was ich jetzt Waffe wichsen soll? Fuck. Oh oh. Ein Gegner verbleibt. Gegner eliminiert. Mission erfolgreich. Oh mein Gott. Mann, oh Mann, ey. Ey, das gibt es ja nicht. Du brauchst hier nichts zu machen. Richtig. Das ist zwar jetzt nicht so cool hier, aber allein wenn ich in dem Messer kill, das war ja so komisch. Muss ich die Folge hochladen dann. Ihr müsst die Geisel lokalisieren. Hier Keller. Herzgeschoss. Nix im Keller. Oben. Der klappt da gleicher Raum wie wir. Oh fuck. Störer. Yes. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Ich bin immer um die Geisel rumgefahren mit meinem Auto. Ich hoffe sie haben die gemessert. Scheiß Geisel. Verletzt. Jetzt. Die haben das Fenster gar nicht abgesichert. Wurde es entdeckt. So, da schmeiß ich da erstmal. Mach ich hier irgendwie ein Loch rein, wenn ich das schaffe. Kannst du hier nicht deinen komischen Kamm reinschmeißen? Ja, ja. Soll ich das gleich ganz aufmachen? Oder kannst du es aufschlagen? Irgendwie. Kannst du aufschlagen? Warte. Soll ich? Warte, warte, warte. Äh, ich muss nur in Sicherheit gehen. Oh Gott. Das ist sehr schwierig. Hier. Mage, guck mal. Ja, ich habe aber einen Störsender. Ach man sie. Diese scheiß Ränder, ey. Ja, wird doch nicht hier. Was ist das denn davor für ein Abitur? Siehst du das? Ich wollte mich da auch ringsherum rumhangeln. Aber das ist ziemlich scheiße. Nein, nicht sprengen. Genau, mach kaputt, mach kaputt Sebastian jetzt. Jetzt kannst du das. Fahr mal nach rechts. Rechts in diesen Raum rein. Genau. Mage. Rechts. Rechts in den Raum. Guck mal ob da... Nein. Dann wieder rechts ob da einer drin ist. Ich kann nicht reinschmeißen, da ist so ein Viech drin. Da ist eine, oder? Ja. Mist. Die war fein, ey. Ah. Ich habe gerade echt mal ein Problem. Dass der Typ da ist. Fuck. Da hinten ist er. Ich sehe da auf jeden Fall Kayn irgendwie in dem Fenster. Von der Seite. Oh. Ist er safe, oder was? Okay, den Typen habe ich. Oh nein. Kannst du dich ergreifen, Sebastian? Da hat dich gefinisht. Einer liegt... Einer lag direkt in der Geisel. Ich habe den, ich habe den. Okay, mehr habe ich aber auch nicht gesehen. Ich habe nur den gesehen. Das war Horschhoff, ey. Bist du sicher? Nee, sicher nicht, aber da kannst du auf jeden Fall... Mehr habe ich nicht gesehen. Doch, da ist noch einer. Scheiße. Messer den noch. Hab ich. Alter. Wo war der denn? Sieh. Der war hinter diesen komischen Holzgerüst da, was da mitten im Raum war. Aber jetzt habe ich das Problem. Hinter dir. Hinter dir, Leute. Kann ich nichts aufmachen. Kannst du dagegen hauen. Kannst du dagegen hauen. Ja, aber dann schießt du mir die Füße weg. Nee. Na klar. Der liegt hinter der Kiste, glaube ich, links. Da. Da. Genau da. In diesem weißen... Oh, nee. Da war er. Da war er. Links von der Geisel. Naja. Fuck. Was? So ein Lacker, ey. Der war aber nicht geblendet. Doch der hat die Hand davor gehalten. Klaver geblendet, ey. In der Wiederholung siehst du das, glaube ich, noch nicht. Achso. Ey, wie kann man so viel Lack haben, ey. Die machen wir jetzt so platt, ey. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Missionszone nicht verlassen. Ich baue hier noch ne Wand. Die Wand ist sicher. Das war gut, was die hier gemacht haben, fand ich. Mit dem Schild hier. Mann. Das ist gut. Droppt doch mal die Rüstung, bitte. Muss. Bitch. Rüstung? Ja, hole ich. Das ist gut mit den Schildern, so hier in den Stellen, oder? 5 Sekunden. Das hält auf. Auf jeden Fall. 5 Sekunden. Ja. Okay, Rüstung? Ja, bitte. Am Anfang. Und nicht erst so zum Schluss. Ich wollte da mein Dingsbumsen machen. Jetzt steht dieses Schild da. Also mein Schild ist hier umso besser, wenn dieses Ding hier nicht wär, ey. Oh, fuck. Aber ein. Wo sind die denn? Fenster. Großes Fenster. Da ist noch einer. Okay, pass auf. Das Schild steht auf der Veranda. Was meinst du, ob das safe ist? Das Schild ist, glaub ich, drin, im Badezimmer. Entschuldigung. Ich lade nach. Ist das Fenster safe? Dann würd ich's wieder zu machen? Nee. Nicht? Alles klar. Ich glaub da ist noch einer. Wartezimmer. Kommt das Schild. Hä? Ich stirb ja nicht. Es kommt zum Keller rein. Oh, die kommen hier von uns. Sehr gut. Schild ist down. Hier ist noch ein Schild. Die Beine. Wow, 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 wow. Okay. Pass auf, Sebastian, Schild kommt von unserer Treppe hier. Oder ne, das ist kein Schild. Ich weiss nicht. Das ist Ash, glaub ich, oder so. Die kommen, die kommen hier. Oh nein. Boah. Mich hat's erwischt. Von der anderen Treppe aus. Ash ist bei dir. Treppe? Na ja, rechts neben mir. Ich markiere nicht, ich bin jetzt die Kamera. Nee, Johnny hat die Kamera. Wenn da einer langläuft, sag ich nur Bescheid. Wenn da einer langläuft, sag ich nur Bescheid. Was macht der? Ja! Ja! Die machen aber auch eine Scheiße, ey, manchmal. Oh, sehr gut. Alter. Ich werde euch alle Gegner eliminieren. Boah. Was ist mit dem einen passiert? Lebe. Der ist an den Strom, wollte er was dranlegen und dann hat er die Stromschläge gekriegt. Ey, das war zwar alles scheiße jetzt hier runter, aber irgendwie. Wie? Aber gewonnen. Oh Gott, ey. Das war ja krampf, war das. Oh ja.